Nach dem letzten April-Scherz kommt das richtige Depot-Update. 69.000 Franken sind im Monat März ins Portfolio reingeflossen oder durch Gewinne zustande gekommen. Wie das alles passiert ist, erfahrt ihr heute. Und damit herzlich willkommen zum Depot-Update des Monat Märzes. Wir werden uns anschauen, wie wir tatsächlich die 800.000 Franken-Marke in diesem Monat geknackt haben. Genau sind wir bei 807.000 Schweizer Franken Stand heute in diesem Portfolio. Davon sind 58.000 rein durch Kursgewinne, Dividenden und Co. entstanden. Und 69.000 sind die insgesamten absoluten Veränderungen. Das kommt daher, dass ich knapp 11.000 Franken diesen Monat neu investiert habe. Die Performance von 7,8% im Monat März ist natürlich ebenfalls nicht von schlechten Eltern, wenn man sich diese einfach mal anschaut. Aber wir werden jetzt nochmal etwas detaillierter in die Geschichte reinspringen. Denn im Portfolio hinzugekommen sind diesen Monat zwei Titel und zwei sind ebenfalls auch rausgeflogen. Die zwei, die rausgeflogen sind, sind zum einen Altria. Da habe ich mit Covered Calls gearbeitet und mir wurden die Altria-Positionen ausgebucht. Ich habe auch Starbucks verkauft. Die Position war mir einfach deutlich zu klein. Das habt ihr ja bereits schon im letzten Video gehört. Und eben neu dazu gekommen ist Acceleron. Wir haben jetzt Acceleron eine richtige Position aufgebaut. Ich habe 283 Stück gekauft, um wirklich 300 Stück im Swissquote Portfolio zu haben. Diese habe ich zu 31 Franken und 98 Rappen zugekauft. Und natürlich wie immer der Vanguard Fuzzi All World, den ich nachgekauft habe. Wie immer jeden Monat per Sparplan über Swissquote. Und hier an dieser Stelle, falls ihr noch kein Depot habt und wirklich einen seriösen Partner wollt für eure Investments und vor allem auch langfristig Vermögen aufbauen wollt. Ich verwende schon seit Jahren Swissquote. Kann euch das nur wärmstens empfehlen. Verwendet dazu den Aktionscode MKT-Bund-Resparkoyote und sichert euch 100 Franken Trading Credits. Alle Infos unten in der Videobeschreibung. Weiter geht's. Für die Gewieften unter euch. Ihr habt gesehen, ich habe das Logo jetzt geändert zum neuen Vanguard Logo. Ohne das Bötchen. Das sieht hier zumindest im Portfolio Performance so gerne ich dieses Bötchen auch mag. Deutlich besser aus, da man das einfach schneller erkennen kann, da das so kleine Logos sind. Des Weiteren gibt es auch noch ein kleines Update zur VIAG 3A-Säule. Ich werde in den kommenden Wochen das auch im Portfolio Performance abändern und nachtragen. Denn ich werde ja in VIAG 5% davon in Bitcoin investieren und die Strategie deutlich abändern. Das heißt, hier werdet ihr noch einige Updates in den kommenden Depot-Updates eben mit erfahren. Bitcoin. Kurz vor einem Bitcoin. Wir haben jetzt aktuell 0,9 Bitcoin knapp. Das wird richtig krass. Wir sind auch kurz vor den 80.000, was Kryptowährungen angeht. Ich bin da schon sehr gespannt, was hier laufen wird. Aber auch Gold läuft tatsächlich richtig gut. Daher sind wir bei 35.000 Franken in Rohstoffen. Und insgesamt sind wir halt eben bei diesen 807.000 Schweizer Franken. Apropos Bitcoin-Preis. Ich möchte ihn einfach mal kurz auch einblenden. Ihr seht, wir sind halt wirklich wieder auf dem Peak der Peaks, wenn wir in Franken schauen. Aber natürlich dasselbe gilt, wenn wir für US-Dollar uns das Ganze anschauen wollen. Sieht ziemlich gleich aus. Wir sind hier deutlich bei über 70.000. Ich denke, dieses Jahr kann wirklich noch einiges passieren. Ich habe natürlich keine Glaskugel. Aber wenn man sich den Markt so ein bisschen anschaut, aber auch den Fear and Greed Index. Wir sind die ganze Zeit in Greed. Vor einem Jahr waren wir noch bei Angst. Aber ansonsten, wenn man hier auch die Statistik anschaut, ja, es gibt aktuell nur eine Richtung. Und das ist halt eben gerade nach oben. Wir sprechen von einem meiner Meinung nach neuen Bullenmarkt. Wir können uns aber auch gerne nochmal so ein bisschen die Asset Allocation etwas genauer anschauen. Beim einen Swissquote Depot sehen wir ganz klar, ist Nvidia immer noch Vorreiter. Dann Apple, Nestle, Alphabet, Omega Healthcare Investors. Acceleron hier mit 1,78% gesellt sich direkt neben Swissquote. Ich komme jetzt nach und nach zu meiner Wunsch Investment Allocation im Swissquote Depot. Bei You muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir schon fast das Nonplusultra. Hier muss sich nicht mehr viel verändern. Weiterhin nach wie vor Meta-Plattformen, Lind und Sprüngli, Netflix, LVR-Macher und iShares. Swiss Dividend, die 50% des Portfolios ausmachen, 20% der Vengar Total World Stock und dann eben noch einige weitere Einzelachsen. Microsoft wird über die kommenden Monate definitiv aufholen. Da Microsoft tatsächlich auch der größte Sparplan ist, aktuell habe ich Sparpläne für fast 4000 Franken monatlich, die investiert werden in verschiedenste Aktien und Co. bei You. Für alle, die es interessiert, könnt ihr gerne auch mal unten in die Kommentare oder in die Beschreibung schauen. Da gibt es auch noch einen coolen Aktionscode. You SparCoyote für 50 Franken Trading Credits geschenkt. Aber wir wollen uns natürlich auch die passiven Einkünfte anschauen, und zwar die Dividenden. Und der Monat März war natürlich wieder rekordverdächtig. Brutto gab es hier an passivem Einkommen. Es passt hier fast gar nicht mehr rein. Ja, ich schaffe es noch knapp. 2.550 Franken und 46 Rappen Brutto. Davon auch noch mal knapp, ja, 750 ungefähr in Optionsprämien und der Rest davon wirklich reine Dividenden. Sowohl ABB, BB Biotech, Imperial Brands, Aisha Swiss Dividend, auch der Vanguard Fuzial World haben ausgezahlt. Spannend wird vor allem der April, denn im April gibt es einige Dividendenzahler, da ich auch einige Nachkäufe gemacht habe, Unternehmen wie Nestle, Swiss Reel und Co. werden auszahlen. Krasse Dividendenzahler. Das heißt, im April inklusive Optionen erwarte ich tatsächlich das allererste Mal über 3.000 Franken Brutto an Dividenden, Zinsen und Optionsprämien innerhalb von einem Kalendermonat. Das wird auch für mich wieder ein Rekord. Aufs Jahr gerechnet haben wir bisher schon 4.050 Franken an passivem Einkommen generiert. Bis Ende des Jahres haben wir hier als Ziel die 20.000 Brutto zu knacken. Ihr seht, die Kurve, die entwickelt sich extrem gut. Auch hier sehen wir bei dieser Akkumulierungskurve, Violett ist das aktuelle Jahr, sehen wir deutlich über dem letzten Jahr. Und dieser Abstand wird sich gegen Ende des Jahres auch immer wieder weiter vergrößern, wie man das hier so schön erkennen kann. Auch das Quartal 1, Q1 2024, haben wir erfolgreich abgeschlossen. Was ihr hier seht, auch hier das Wachstum ist ganz klar ersichtlich. Wenn man das hier mal einfach anschaut, das sind gut 20% Wachstum an Dividenden oder passiven Einkommen insgesamt overall. Und ihr seht natürlich auch, dass es nicht nur an den Optionsprämen liegt, aber schon primär vor allem daran. Da ich halt eben über die Jahre nach und nach gelernt habe, mit diesen Optionsprämen richtig und besser umzugehen. Und das wird natürlich auch mit der Zeit immer besser und besser. Und mit einem größeren Portfolio wird es auch immer mehr und mehr Prämien geben. Die Asset Allocation sieht nach wie vor immer noch sehr ähnlich aus. Ziel aktuell, Einzelaktien sind wir bei knapp 60%, ETFs 26%, Krypto knapp 10%, Gold auch 4,5% und dann noch ein bisschen Cash. Bei den Einzelaktien werde ich tatsächlich noch etwas nachholen müssen. Hier haben wir jetzt die ETF-Anteile, vor allem weil halt auch der Vanguard Fusion World durchaus stark gestiegen ist die letzten Wochen und Monate, einiges an Prozenten dazugewonnen. Das ist halt auch meine größte Position sozusagen ist im Portfolio. Einzelaktien möchte ich eigentlich doch schon über 60% haben. Da bin ich jetzt 1,3% drunter, aber das wird sich mit der Zeit definitiv glätten. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also es sieht wirklich gerade aktuell sehr interessant aus, auch wenn man sich mal den S&P 500 anschaut. Also zuerst einmal Year-to-Date, das ist von Jahresanfang bis jetzt, haben wir satte 10,76% gemacht. Hier einfach nochmal ganz klar, wir rechnen eigentlich von 8-10% pro Jahr im Durchschnitt an Rendite. Wir haben gerade mal im ersten Quartal 2024 diese 10% bereits gemacht mit dem S&P 500. Über das letzte Jahr, die letzten 12 Monate sogar 32,3%. Und ihr seht, wie krass das alles hier ist. Wenn man jetzt hier auch nochmal so ein Gedankenspiel macht und bedenkt, hey, wir waren hier während der ganzen Pandemie-Geschichte auf 2300 Punkten und jetzt sind wir bei mehr als dem Doppelten. Also so ziemlich 127% höher als noch vor vier Jahren. Dann ist das wirklich super, super wild. Es war genau vor vier Jahren übrigens. Also hätte man mir das so gesagt, wüsste ich nicht, ob ich das glauben würde. Aber im Nachhinein wissen wir es definitiv. Kurzer Blick auch noch in den SMI. Der SMI tatsächlich, muss man ehrlicherweise zugeschehen, hat auch eigentlich relativ gut performt. 4,9% im ersten oder im Year-to-Date, also vom 01.01.2024 bis heute, kann man sich nicht beklagen. Auch über das letzte Jahr hinweg, die letzten 12 Monate 8,1%, der bewegt sich auch relativ gut. Und wenn wir jetzt hier auch nochmal diesen Vergleich ziehen von der Pandemie, dann 40% in den letzten vier Jahren. Kann man sich nicht beklagen. Der S&P 500 ist natürlich schon der Indizist, der eine sehr starke Performance hinlegt. Und diesen zu schlagen, oder es gibt schon Indizist, die den schlagen, aber dann sind das halt eher zum Beispiel Dinge wie der NASDAQ oder eben völlig andere. Und nicht der SMI oder nicht der DAX. Da muss man dann fairerweise definitiv den Thron, ja, dem S&P 500 übergeben. Generell eben die Performance, wenn wir hier das nochmal als Überblick auch nochmal anschauen. Ich gucke mir immer die letzten 10 Jahre gerne an, weil ich habe vor 10 Jahren begonnen mit dem Investieren. Dann sieht man relativ gut, wie krass sich das Ganze entwickelt hat. Vor allem eben auch in dieser Vermögenskurve. Was mir besonders in dieser Kurve geholfen hat über die letzten 2, 3, 4, 5 Jahre, ist nämlich mein Kontensystem. Das möchte ich euch hier nämlich auch gerade noch zeigen. Deswegen, das ist nämlich dieses hier. Mein Kontensystem basiert darauf, dass ich natürlich Geschäftskonten habe über meine Geschäfte. Ich beziehe einen ganz normalen Lohn über meine Firmen. Das bedeutet, ich habe ein Lohnkonto bei ZAK und von dort streue ich das Ganze auf meine diversen Investments. Sei das jetzt hier vom Lohnkonto, also bei ZAK, auf das Swissco Depot, auf das U-Depot oder auch einfach ins Thema Bargeld, respektive dann Gold, Krypto und Co. Oder dann eben Geld auch aufs Haushaltskonto, was ich aktuell bei Neon habe. Wobei wir mittlerweile oder ich persönlich mittlerweile mir gerade Coop Finance Plus anschaue, weil man dort auch mehrere Karten, auch mehrere Namen haben kann. Das wird für mich dann insofern spannend, weil es dann einfach wirklich auch sauberer funktioniert, wenn man ein Gemeinschaftskonto hat. Das ist dann eben auch interessant für die Leute, die sich eine Familie aufbauen. 3A-Säule über Frankly, das ist alles mehr oder weniger automatisiert. Über Daueraufträge kann ich euch auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr solche Kontensysteme nutzt, automatisiert alles, was geht. Sei das von Sparplänen bis hin zu Daueraufträgen, bis hin zu Investments über Frankly in Aktien, in Krypto. Krypto kaufe ich ja dann auch über Relay. Das sind auch alles Daueraufträge, Automatisierungen. Das Einzige, was ich danach eigentlich noch machen muss, ist, ich muss natürlich in Portfolio Performance das Ganze nachtragen. Bei einigen Dingen mache ich es manuell, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Ju oder Swissboot habe, da ziehe ich mir einfach die Imports, also die PDFs, die kann man einfach ganz easy importieren. Das zieht dann auch alle direkten Daten, Gebühren, Steuern und so weiter mit rein. Da spart man auch enorm Zeit und das funktioniert einwandfrei. Ja, das Depot-Update, ich kann mich echt nicht beklagen. Also die 800.000 wurden schneller erreicht, als ich irgendwie erwarten konnte. Also das ging wirklich zwei, drei Monate und dann bumm, zack, sind wir von 600 irgendwas tausend auf über 800.000. Wo es jetzt bis Ende des Jahres hingeht, kann ich euch nicht sagen, aber wenn es so weitergeht und das ist, wenn dieses Wörtchen wenn nicht wäre und ich gehe gerne nochmal auf diesen Fear and Greed Index zurück und wir können uns auch mal die Timeline anschauen. Wir waren jetzt relativ lange im Greed Modus und sollte sich dieser weiterführen über die nächsten zwei, drei, vier, fünf Monate, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir das Jahr 2024 mit dem, ja, siebenstelligen Investmentportfolio abschließen werden. Falls nicht, dann ist es halt eben so, die Zukunft kann niemand wissen. Nichtsdestotrotz werde ich mein Investmentportfolio weiterhin streamlinen, weiterhin fokussieren und weiterhin auf Trab halten, damit wir dieses Ziel natürlich möglichst zeitnah erreichen. Wenn ihr jetzt noch nicht genug gehabt habt von diesem Portfolio-Update, dann checkt unbedingt dieses Video ab, denn das wird euch extrem weiterhelfen auf eurer Reise, um euer eigenes gestreamlinetes Portfolio aufzubauen.